Von Geburt an leidet Sandra an Mukoviszidose. Außerdem hat die 18-Jährige eine schwere Diabetes. In ihrer körperlichen Entwicklung ist sie sehr geschwächt. Mama Petra betreut sie rund um die Uhr. Spritzen muss ich am Tag viermal am Tag, früh, mittag und abends. Und dann muss ich zwischendurch inhalieren, acht bis neunmal, kommt drauf an wie in der Nacht. Und dann muss ich ganz viel essen und trinken. Ich muss deshalb so viel trinken, weil der Schleim flüssig bleibt und ich den besser raushusten kann. Die 18-Jährige ist fast immer auf ihr Sauerstoffgerät angewiesen. Ihr Lungenvolumen liegt nur noch bei knapp 30 Prozent. Die maximale Lebenserwartung liegt bei dieser Krankheit bei etwa 30 Jahren. Die letzten Jahre ging es Sandra ganz gut. Aber seit einiger Zeit hat sich ihr Zustand rapide verschlechtert. Sie ringt tapfer mit ihrem Schicksal.